Hallo zusammen, eine kleine Ankündigung, ja, mich gibt es auch noch, ich hatte nur in letzter Zeit absolut gar keine Zeit, ja, das, egal, auf Deutsch, ich hatte keine Zeit. Ähm, es wird in Kürze wieder mit einem Minecraft LP anfangen, da das letzte irgendwie mehr oder weniger runtergegangen ist, weil es gehängt hat, also nicht funktioniert hat, müsste, habe ich es dann irgendwann so hingekriegt, dass es endlich funktioniert. Von daher wird es bald, beziehungsweise in Kürze wieder Minecraft Late Space geben und ich hoffe auch öfters wie zwei in der Woche, zwei Stück, dann wieder fünf Wochen Pause, also, ja, und, ja, das war meine Ankündigung, also bis dahin, tschüss.